Liebe Leute, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Krankenhaus Simulator 2024. Meine Stimme neigt sich dem Ende zu, aber die Folge ziehe ich noch durch. Ich habe so Bock zu zocken und ja, ich glaube, ich muss mir einfach nur mal einen abpusten und dann geht's. Ähm, ja. Was haben wir denn hier? Die Astarte Artists Colony. Ich bin ziemlich sicher, dass sie eine Mardi Gras Crew hatten, die Piraten von Pontre Trim, als ich ein Kind war. Elisabetta, Perosi, Captain Cortez, Heinrich Castle, Esty Stone, G.S. Charles, William Arches, Nora Keith, and Anton Nazareth. Okay. Das Husten hat echt ein bisschen geholfen. Perosi's Tagebuch. Ich bin sicher, dass sie immer noch die Antworten in den Augen der falschen Menschen sind. Aber nicht für lange. Ich will sehen, dass sie es verbrannt wird, schnell genug ist. Das Black Goat wird verabschiedetet, um ein Ende zu tun. Dann wird es alles wiederkommen. No mehr Derseto und, sadly, kein Astarte. Die guten Piraten von Pontre Trim. May you still sail the lake, until you find the shores of Hali. Okay. Ich schreibe mir das bloß mal auf. 10, 11, 1. Ach scheiße, Leute. Es tut mir so leid. Wartet mal. Okay. Aber ich habe mir die andere Aufnahme angehört. Und ich dachte mir so, was ist das für ein Geräusch? Ich komme doch dann nirgendwo hin. Jetzt habe ich das Mikro schon ein bisschen weiter weg. Aber ich sehe, dass mein Chatlink-Kabel, hier mein Chatlink-Kabel, ist gegen das Kabel vom Mikro. Also, wie gesagt, das Setup ist seit heute neu, deswegen sorry dafür. Okay. Also, 10, 11, 1. Ach scheiße, ich hätte mir das merken sollen, wie die aussehen. Okay. Bin ich dumm, ne? Also, da merkt man, dass ich echt, äh, warte mal. Da merkt man, dass ich echt krank bin, wenn ich das Minimalste nicht mehr sehe, ey. Okay. Also. Ach nee, warte mal. Nee, das sind die gar nicht. Boah. Okay. Okay. Na gut. Na, Yuti. Ah. Äh. James McKennon? McMannon. Okay. Brian Gumphrey. Philippe J. Curtis. Oh. Okay. Okay. Und ändert sich jetzt wieder alles? Wird jetzt wieder alles scheiße? Nee? Ah, warte mal. Warte mal. Ah, nee, oder? Nee. Wir können es angeblich lösen. Hä? Wir können es angeblich lösen. Ja, 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 das verstehe ich schon, aber das Ding ist, wie sollen wir denn... 1, 10, 11, aber was bringt uns das? 1, 10, 11, aber was bringt uns das? Ja, ich kann echt nicht denken, ne? Peinlich. Solche Sci-Fi habe ich eigentlich immer gerne sehr schnell gelöst. Hä? Okay, warte mal. Ich kann nicht denken, ne? Ist das peinlich. Ist das peinlich. Ich hätte es mir nicht mal merken können. Leute, das tut mir ultra leid. Ich glaube, ich spiele das Spiel nicht weiter. Das ist ja, also so, das ist ja ultra peinlich. Ich konnte es mir nicht merken, selbst die es vor mir war, ich konnte es mir nicht merken. Alter, ich sollte mich wirklich echt ausruhen jetzt langsam. Das ist ja echt bescheuert. Gott, ist das peinlich. Alter, ich war mal Easter erkannten bei Call of Duty Zombies. Und jetzt kriege ich nicht mal mehr sowas hin. Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja wieder klar. Ihh. Ihh. Glaubt ihr, das greift uns an? Ihh. Alter. Ich verstehe nicht, was passiert. Ich fühle mich. Was mache ich denn für eine Scheiße, Alter, wirklich? Äh. Ne. Warte. Das ist unten, ja. Ja. Das ist hier. Ja. Äh. Oh, Gets? Soll ich mir das jetzt merken wieder? Oh, Gott, wie soll ich mir das wieder merken? Ich muss ein Foto von machen. Okay, haben wir ein Foto von gemacht? Ach ja, dafür brauchen wir das. Oh, Gott. Kann ich es wieder her tun? Sorry, Leute, mein Kopf ist so durch. Ich kann mir, ich kann nichts gerade auswendig merken. Ich bin komplett lost. Äh. Äh. Ich verstehe es gerade nicht, Leute. Ach komm, ey. Wirklich, ich check's nicht. Ach, rechts sind die Zahlen. Ach Gott. Sechs. Drei. Ach, ich kopf hier gerade. Sechs. Drei. 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 Es zeigt mir etwas. Es ist nur das ganze Weg außerdem Jeremies Zimmer, nicht wahr? Okay, wollen wir da echt wieder zurück? Ist es immer noch zu? Oh-oh. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Ich habe es geschafft. Ich habe einen anderen Traum öffnet. Okay, ich weiß nicht ob wir in dem Dream sein wollen. Ich suche einen verhassten Hügel. Wtf ist der verhasste Hügel, Alter? Oh, die Shipballs, okay. Okay, okay, okay. Ich höre, dass da draußen schon wieder etwas komisches ist. May 1923. Monday. All okay. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance. Service bridge close to broken. Wednesday. Prospectors reluctantly agreed to show the burial mound to Mr. Hartwood, a painter, who read about our finds in the papers. He means to return tomorrow and try to find a way inside. Thursday. Mr. Hartwood's efforts delayed. Workers seem nervous about his presence. Hartwood promised not to return to the compound. Instead, he is taking up an offer by L'officier, the riverboat captain. He means to pilot him to the site tomorrow morning. Hopefully, that's the end. Work can resume. Maintenance. The bridge from the oil tower to the bayou has collapsed. Sabotage suspected. This is the devil that guides us now. The devil. What are we doing here? Oh. Nothing. Okay. Thanks for nothing. Muni. Yeah. Viel. Muni. Oh god. Okay. Da geht nichts. Muni. I need the key. I need the key. Okay. Emily. Let's go. Schauen wir doch mal raus. Hallo. Pflanzenmänner. Komische Missgeburt. Seid ihr hier? Ihr müsst euch nicht verstecken. Ich habe auch so Angst vor euch. Mit dem Verstecken, das ist gar nicht nötig. Oh, shit. Das heißt auch nie was Gutes. Okay. Na, dann gehen wir mal da rein. Irgendwas hat gerade geladen im Game. Irgendwas hat hier gerade... Das mit dem Werfen verstehe ich nicht so ganz. So, wenn ich einfach nur R2 drücke, dann macht er die sofort kaputt. Aber ich kann da ultra langsam gehen. Wow. Einmal mal reingestürmt. Oh, jawoll. Angestieg. Okay. Den brauchen wir ja. Schön. Okay, Leute. Ich speichere hier jetzt mal. Zweiten Platz am besten. Zwölf Minuten haben wir. Okay. Okay, okay, okay. Und wo geht es da jetzt hin? Ah, ja. Ah, warte mal. Okay, da kommen wir ja gar nicht raus. Na gut. Es hat sich jetzt aber nicht vertrauenserweckend angehört. Ah. Okay. Da muss ich zu fein, da runter zu gehen. Na gut. Was war da? Ja. Okay, das ist schon mal echt viel Blut. Scheiße an der Stelle. Dann gehen wir mal da rein. Da müssten wir jetzt einen Schlüssel haben. Oh, warum geht es da auf? Äh, haben wir das vergessen? Okay. Ich hätte eigentlich schwören können, dass wir das auch aufgemacht haben. Okay, warte mal. Ist das nicht, sieht das nicht so fast aus wie der, dieser Schimmel da vorne an den Bildern? Ah. Oh, nö, ey. La, la, la. La, 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 la. Kommen die näher? Die kommen näher. Oh, oh. Ah, supi. Drei Kugeln, die niemals reichen. Pack, die kommen näher. Ich glaube, ich speichere jetzt mal. An dem Punkt, weil wenn wirklich, müssen wir nochmal zurück zum Laden. Das hilft nix. Brückenhebel, jawohl, den brauchen wir. Was ist mit dem Ansehen? Bringt der eigentlich nix? Oh, oh. Egal, was es ist, es ist da. Ah, die sind wieder hier hingegangen. Okay. Ich schleiche mal hier ein bisschen rum, so. Ich will das jetzt echt nicht riskieren, weil wir haben fucking, äh, 22 Schuss. Das ist echt nix. Oh, nö, ey. Ich wusste es. Bist du für ein Ekelhafter? Komm her, du Ekelhafter. Ah. Haha, Wichser. Pfui. Ach, scheiße, da geht es ja nicht hoch. Jetzt kommt safe die anderen her, ey, oder? Okay, komm, auf geht's. Yes. Waren die nicht hier? Einige von denen war doch hier. Aber warum ist sie jetzt gerade erschrocken? Warum hat sie... ...gemacht? Sehe ich nicht. Verstehe ich nix. Ey, da bricht doch so ein Safe irgendwas durch. Ja, ich hab was gehört dahinter. Oh, nö, ey. Oh, nö, ey. Ich will nicht. Rohr, ja, danke für dein Rohr. Ich hab auch immer gern ein richtig großes Rohr. Ah. Na, dann hauen wir uns doch das mal rein. Muss nicht liegen lassen müssen, weil hier hoch, glaube ich, kommen wir eh nicht mehr. Wahrscheinlich bereue ich es jetzt dann, weil ich doch hier hoch hätte laufen müssen, um mich zu heilen. Pfff. Au. Au. Autsch. Oh, nicht du schon wieder. Ja. 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 Das passiert, wenn man Gremlins nach Mitternacht füttert, Leute. Dass da noch kein neuer Teil rausgekommen ist, wundert mich echt. Okay. Das war natürlich richtig dumm, dass ich die Muni verschwendet habe. Bruder. Waffen. Waffen. Okay. Versteh nicht, warum wir nicht mehr von den Waffen mitnehmen können, weil die sind ja so schnell kaputt. Schaufel. Verunruhigt mich grad, dass hier so viele Nahkampfwaffen sind, aber ich... Oh, nee, oder? Es ist schon wieder passiert. Es ist schon wieder passiert, Leute. Wir hängen wieder fest. Ach, so sieht also Emily von innen aus. Okay, also in dem Game hängt man echt auch fest. Das finde ich ein bisschen doof, ne? Also... Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass es passiert ist. Dass man halt wenigstens durchbauen würde, ne? Das wäre noch irgendwo cool. Aber das... Du kannst dir einfach literally nichts machen. Na gut. Dann würde ich sagen, liebe Freunde... Neue Folge. Oh Mann, ey. Und ich glaube, ich gehe aber jetzt pennend. Oh Mann. Daniel, roll the outro. Roll the outro. Roll the outro. 0 $ $ $ $ $ Untertitelung des ZDF für funk, 2017